Guten Tag 2K Family, herzlich willkommen zu einem weiteren Video. 2K hat es wieder getan, wir sind wieder in der Pay-to-Win-Stage in diesem Modus. Man sieht es hier leider nicht mehr, wir haben hier das Lunar New Year's Set mit Pink Diamond Yao Ming als Lock-in-Reward und es ist so, wie wir alle MyTeam kennen. Wir haben hier ein Lock-in-Set mit Yao Ming, wo jeder eigentlich dachte, Yao Ming, das wird der nächste beste Center im Game, wer ist Wembi, wer ist Pozingis, wir werden Yao Ming kriegen und der wird alles zerstören. Pustekuchen, 25 Tempo, 40er Dreier, keine großartigen Plaketten. Wir haben hier noch eine Karte mit Yi, die in Ordnung ist, ich habe ihn noch nicht so sehr getestet, ich habe im letzten Video schon gesagt, dass der noch ein bisschen mehr Testzeit braucht. Wang CZ, wie gesagt, nicht schlecht, Mario nicht schlecht oder Mayo und Andrey Blatch, wahrscheinlich so die versteckte Unicorn-Karte in diesem Set, da jemand, den man noch nicht so oft in MyTeam gesehen hat, wenn überhaupt und das sind meistens sowieso die Karten, die haben gejuistet sind und das ist auch Andrey Blatch hier bei MyTeam. Wir haben allerdings eine Karte und wir sind gerade eben schon auf Pay2Win gekommen, die hier zu sehen ist. Gameplay ist schon auf dem Kanal, ihr könnt euch das gerne angucken, um zu supporten, was ich hier mache. Michael Beasley, Pink Diamond gab es nicht im Spielermarkt. Ihr habt es gerade gesehen. Wie gab es ihn zu holen? Keine Challenge, sondern im Pack-Markt entweder über die Packs, über die Boxes, ganz normal. Glücksspiel betreiben, wie du Chaos über die letzten Jahre eigentlich immer mit uns gemacht hast. Seit dem Spielermarkt finde ich ehrlich gesagt das Ganze viel besser. Du sparst deine MT, du kaufst dir vielleicht VC und du kaufst dir, was du willst und du weißt, was du kriegst. Hier Michael Beasley wieder, wenn du ihn haben willst, entweder musst du in die Pack-Boxes gehen oder, und das finde ich noch in Ordnung, du musst 125.000 VC bezahlen und dann bekommst du die Karte. Für mich ist alles, was kein Glücksspiel ist, besser als alles andere. Also alles ist besser als Glücksspiel. So rum. Und deshalb habe ich mir ihn über die VC im Spielermarkt geholt. Ich hatte noch sehr viele VC übrig. Ich habe immer noch viele VC übrig. Und dank eurem Support auf Instant Gaming kann ich mir solche Karten dann auch mal gönnen, wenn ihr über meinen Link aus der Videobeschreibung bei Instant Gaming eure PSN-Guthaben holt, die übrigens günstiger sind, als wenn ihr sie normal holt. Dann bekomme ich 3% von eurem Kaufpreis und dann kann ich mir hier und da mal auch eine PSN-Karte gönnen. Und das hilft schon enorm bei der Entscheidung, ob man jetzt eine Karte holt oder nicht. Und Michael Beasley ist an sich wirklich eine sehr gute Karte. Wir haben 99,99 Offense und Defense. Wir haben tolle Werte. Aber es ist halt wieder dieses Ding von 2K, dass man so dazu getrieben wird, dieses Geld auszugeben. Es wäre doch so geil gewesen für alle in der Community, wenn diese Karte auch ganz normal im Spielermarkt gewesen wäre und ich mir die Karte ganz normal mit meinen MT geholt hätte, wie ich jetzt auch je geholt habe mit den MTs, die ich noch übrig hatte. Aber nein, 2K muss wieder übertreiben. Ich habe vor ein paar Tagen auch gelesen, dass die 3-Monatsintervalle, die ja immer in der Berichtssaison bei börsennotierten Unternehmen veröffentlicht werden, bei 2K vorausgesagt haben, dass in den nächsten 3 Monaten, im nächsten Quartal die Gewinne wahrscheinlich ein bisschen zurückgehen, irgendwie weniger Gewinner als erwartet. Und ein Tag später, 2 Tage später kommt diese Karte mit diesem Prinzip wieder raus. Dann denke ich mir so, yo, ihr habt euer letztes Ding da analysiert und jetzt macht ihr wieder alles, damit das ausgeglichen wird, auf den Nacken von eurer Community. Zu der Paul-George-Angelegenheit wurde immer noch nichts gesagt. Zu der Mobile-App wurde auch immer noch nichts gesagt. Stattdessen wird die auf Twitter weiterhin beworben, dass Leute ihre Accounts gelöscht bekommen, auf mysteriöse Art und Weise. Das wird immer noch nicht angesehen, es wird immer noch nicht öffentlich kommuniziert, dass Leute vielleicht aufpassen. Nein, stattdessen werden Leute weiterhin da reingeloggt und riskieren, ihre Accounts zu verlieren. Sie haben zwar gepostet, dass man darauf achten soll, dass man in der App nicht auf den Delete My Team, also Mein Team löschen, draufkommt, weil das ist dann wirklich gelöscht und man kommt dann über die Konsole und über das Handy nicht mehr an seinen Account ran, das ist dann wirklich gelöscht und nicht mehr wieder zu erstellen. Aber da sind Leute betroffen, von denen man zu 1000% davon ausgehen kann, dass sie ihren Account niemals löschen würden und das ist echt eine Sache, wo man sich denkt, Leute, seid doch einfach ehrlich, kommuniziert. Und Kommunikation ist das, was halt zuletzt wirklich gefehlt hat. Ich meine, der Content, der war ja okay, aber die Kommunikation über den Game-Modus, über das Game, da lässt die Firma wirklich in letzter Zeit so wünschen übrig und das wäre eine Sache, die sollten sie sich mal wieder auf die Fahnen schreiben. Die ersten paar Wochen vom Game, die ersten paar Tage, da haben sich die Devs in irgendwelche IT-Streamer-Streams reingehockt, in irgendwelche Voice-Chats auf X, früher bekannt als Twitter, und haben da mitgeschrieben und mitdiskutiert und über das Spiel philosophiert. Davon siehst du gar nichts mehr. Es ist einfach so, das Spiel ist verkauft. Der Fokus geht jetzt wahrscheinlich nur noch darum, das Kalb zu melken und wahrscheinlich schon das nächste Game zu entwickeln, mit dem man hoffentlich noch mehr Geld macht. Und es würde mich nicht wundern, wenn Toucan in den nächsten Jahren so auf ein Abo-Modell rübergeht, dass man bei den Seasons, wie wir jetzt beim Season Pass haben, 20 Euro zahlen muss pro ein, zwei Monate, dass man überhaupt den Modus spielen kann. Dann, wie gesagt, würde mich nicht wundern, bei anderen Sachen wie bei Netflix oder so, haben wir auch schon ein Abo-Modell, da zahlst du nicht einmalig, sondern jeden Monat. Aber mal gucken, das ist Zukunftsmusik. Erstmal sind wir sauer über Michael Beasley aus dem Player-Market, beziehungsweise nicht im Player-Market, im Pack-Market. Schreibt mir gerne eure Meinung darüber in die Kommentare. Liked, wenn ihr das Video gut fandet, wenn ihr mich supportet mit meiner Meinung. Ich habe mir jetzt trotzdem geholt, wie gesagt, ich brauche für meine Streams, für meine geistige Gesundheit, während ich mein Team spiele, schon irgendwie immer das beste Team im Spiel. Und ich wollte ihn halt auch wirklich mal ausprobieren. Und das Ding ist halt, um Leuten Tipps zu geben, um euch zu sagen, ob ein Spieler jetzt das Geld wert ist oder nicht wert ist, braucht ich die Spieler. Ihr könnt natürlich die Sachen auch auf anderen Kanälen gucken, Tidebo, DBG, JC2K, aber auf Deutsch gibt es sowas nicht und deswegen versuche ich das halt zu bringen. Wie gesagt, wenn es Anklang findet, Likes da lassen. Wenn ihr neu seid, lasst ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ich bin erstmal raus. Bye, bye.